Da gibt es die nächste Strafe für die Franzosen. Rousseau fährt vom Eis, die Italiener mit 6 Feldspielern. Ecker nun, was macht Ecker? Auf ein Sollti, so passt du mit dir und da ist es 2-0. Der Graf Ecker zeigt, die Italiener nützen das Eiskalt aus 2-0 nun für die Hausherren. Der Graf Ecker zeigt, die Italiener mit 6 Feldspielern.